Ist es wichtig, der Rute einen scharfen Ruck zu kleben? Ist der Haken dran, wird ganz schnell aufgespult. Ich wollte ihn zurückwerfen, ehrlich. Das wird dich bremsen, Mensch. Haben Sie dasselbe denn nicht auch zufällig in Pastellblau? Das Erscheinungsbild ist doch so wichtig. Das Erscheinungsbild richtig. Die Art, wie diese Anstalt geführt wird, ist eine Beleidigung für eine arme, müde, alte, einsame Frau wie mich. Ihr einziges unehrliches Kind ein Verbrecher und nicht mal erfolgreich. Junger Mann, junger Mann, junger Mann. Können Sie bitte mal aufmachen? Ich habe mein Auto draußen laufen lassen. Madame, können Sie mir mal verraten, wie Sie durch dieses Tor gekommen sind? Der Besucherbereich ist am B-Tor. Ich habe ihn so gut aufgezogen, wie ich konnte. Aber manchmal fällt ein böses Samenkorn auch aus der zartesten Blume. Madame, durch dieses Tor können Sie nicht gehen. Behandeln Sie so Ihre Mutter? Ist das eine Art Beschimpfung auszusprechen? Muss eine alte Frau das ertragen? Ich glaube, meine Mutter würde nicht so rummeckern. Das sollte sie aber. Schande über euch verruchte Mistbesen. Wenn Sie nur ein paar Gewissensbisse hinter Ihren grünen Ohren hätten, würden Sie sofort aufmachen. Mein Auto tuckert in der Hitze und der Kühler wird kochen. Okay, okay. Mach das Tor auf, Leute. Und, sind Sie nun zufrieden? Ich sage Ihrer Mutter, Ihr Sohn hat bessere Manieren, als es zunächst scheint. Sie wird sicher sehr zufrieden sein. Der Doktor hat gesagt, ich muss diese Dinger tragen wegen meines Eisenmangels. Ja, ja, ja. Und, sind Sie nun zufrieden?